Es war ein Wunder. Ein Zeichen Gottes. Das hätte ich gern gesehen. Rom rührt sich nicht. Wer ist für eine Abordnung nach Byzanz? Wenn Gott mir hilft, die Sprache der Slaven zu finden, dann ist es Gottes Willen und auch die Segnung unserer Suche. Ich bin froh, ich bin froh. Ihr sollt wissen, dass meine ganze Hoffnung auf euren Bemühungen liegt. Die beiden errichten einen unabhängigen slawischen Bereich. Das merkt ihr erst jetzt? Dieses verdammte Gesindel! Wenn ihr Meere nicht für immer verlieren wollt, müsst ihr noch mal angreifen. Schande! Jetzt oder nie mehr. Wir müssen sie dringend loswerden. Schande! Diese unerhörten schönen Worte sind nichts als Tarnung für Ketzerei! Schau! Warum hast du mich verlassen?! Schande! 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 Inna rape! ... ... Schande! 筒 phyme